Willkommen auf dem YouTube-Kanal Supermarkt Prospekte und Angebote Deutschland. Vom 22. bis 27. Juli macht Lidl extra das Einkaufen mit fantastischen Rabatten doppelt so viel Spaß. Verpassen Sie nicht die attraktiven Angebote in den verschiedenen Kategorien. Die neuesten Rabatte schnell erfahren, abonnieren Sie unseren Kanal und vergessen Sie nicht, das Video zu mögen. Diese Woche gibt es bei Lidl die besten Auswahlmöglichkeiten für Ihr Baby. Spielzeug, Kleidung und Accessoires sind zu reduzierten Preisen erhältlich. Unter den sorgfältig ausgewählten Produkten für das Wohlbefinden und die Freude Ihres Babys finden sich süße Babybekleidung, sichere Spielzeuge und praktische Babyaccessoires. Lidl bietet Ihnen eine breite Produktpalette, um den Bedürfnissen Ihres Babys gerecht zu werden. Besuchen Sie diese Woche Lidl und wählen Sie das Beste für Ihr Baby. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Robuste und praktische Werkzeuge für verschiedene Reparatur- und Dekorationsprojekte stehen zu günstigen Preisen zur Verfügung. Schraubensets, Bohrmaschinen, Messgeräte und viele weitere Produkte sind zu attraktiven Preisen in den Regalen von Lidl. Verpassen Sie nicht die hochwertigen Handwerkzeuge und besorgen Sie sich alles, was Sie für Ihre Renovierungsprojekte benötigen bei Lidl. Lidl Möbel, aufblasbare Pools für den Sommer, Heimtextilien und viele weitere Produkte sind diese Woche bei Lidl im Angebot. Alles, was Sie benötigen, um Ihr Zuhause zu erneuern und Ihren Garten zu verschönern, finden Sie hier. Lidl bietet Ihnen die besten Lösungen für die Haus- und Gartendekoration zu günstigen Preisen. Bereiten Sie Ihre Einkaufsliste vor und nutzen Sie die fantastischen Rabatte von Lidl, um Ihr Zuhause und Ihren Garten zu verschönern. Untertitelung des ZDF, 2020 Wir versuchen unseren Kanal und unsere Inhalte für Sie zu verbessern und besser zu machen. Dafür brauchen wir dringend Eure Meinung und Eure Unterstützung. Sie können uns Ihre Meinung mitteilen, indem Sie uns im Kommentarbereich erreichen und uns unterstützen, indem Sie sich anmelden und Benachrichtigungen aktivieren. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.